Willkommen zurück bei der Barbie und Barbie Show. Unser Experiment ist bereit. Auf geht's! Laila, ich hab ne Idee. Dürfen wir deinen Plattenspieler benutzen, um unserem Experiment den nötigen Stil zu verpassen? Tolle Idee. Das gibt dem Ganzen den gewissen Barbie und Barbie-Flair. Oh oh. Das ist nicht der Stil, den ich mir vorgestellt hatte. Ja, aber ich weiß, wo wen wieder auf die richtige Spur bringt. Der Totally Hair Salon. Hilfe, ich hab hier den totalen Haarnotfall. Wir müssen unsere Show beenden. Keine Sorge, nehmt Platz, Ladies. Danke, diese Looks sind witzig und kreativ, wie unsere Show. Apropos unsere Show, wir sollten schnell zurück, nachdem wir das Chaos beseitigt haben. Oh nein, Barbie und Barbie haben so hart an diesem Experiment gearbeitet. Sollen wir ihnen beim Aufräumen helfen? Auf jeden Fall. Lasst uns doch eine extra tolle Aufräumparty schmeißen. Folgt mir. Juhu! Hey, lasst uns das Wasser lieber für einen guten Zweck einsetzen. Juhu! Juhu! Wow, unsere Villa ist jetzt so makellos. Ich weiß, das ist Quatsch, aber gibt es vielleicht doch eine Art Putzfee? Überraschung! Muffins, Beeren? Oh, was für eine süße Überraschung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auf neue Styles, süße Überraschungen und tolle Freunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017